So Freunde, heute versuchen wir die Frage aller Fragen zu klären. Wo ist der Boss? Was tut er? Warum schweigt er? Und wird er sich zu der ganzen Sache äußern oder nicht? Außerdem haben mich einige von euch gefragt, was ich zum Thema Maestro sage, wie ich ihn persönlich finde und wie ich ihn musikalisch finde. Also Freunde, falls ihr euch für das Thema interessiert, dann bleibt gerne dran und wenn nicht, dann... ...verpisst euch wieder. Es ist jetzt 24 Stunden her, dass Maestro seinen Disstrack nur noch Asche ausgekoppelt hat und dummerweise hat er Kollegah in die ganze Sache mit reingezogen. Das erste Mal wurde Kollegah schon erwähnt, als Alibs erste Auskopplung kam. Deutschrap ist fresher denn je. Ich glaube das erste Mal, dass wir da richtig getriggert worden sind, zumindest emotional, war die Tatsache, dass Alib gesagt hat, hey, ich hab ihn angelogen. Ganz bewusst im selben Zusammenhang, in dem das Schwert von Kollegah gezeigt worden ist. Die einzige Reaktion von dem Boss, die wir gestern Abend bekamen, ob es jetzt in Bezug auf den Disstrack gewesen ist oder worauf auch immer, war eine Instagram-Story, in dem er Werbung für die Bostrafo macht. Also Freunde, vielleicht ist es ihm scheißegal gewesen, vielleicht war das auch seine Antwort, vielleicht war das auch nur Zufall, wissen wir nicht. Freunde, wir kennen doch alle den guten alten Boss. Ich vermute, er sitzt jetzt vor seinem Kamin, genießt die ganze Show und sammelt erstmal Infos über die ganze Situation. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Kollegah jetzt sagt, hey, ich warte jetzt erstmal ab, wer aus dem Keller ebenfalls noch in meine Richtung schießen möchte. Wir kennen doch alle den erhabenen, monockelanhabenden und seidenen Mantel tragenden, alleinigen und rechtmäßigen Weltmonarchen. Was? Ich schwöre, ich hab mir das gerade ausgedacht, Alter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Kollegah jetzt sagt, hey, das Ding ist zu Ende. Der einzige, der dabei gewonnen hat, ist Asche. Sein Kanal ist gewachsen, ganz Deutschrap spricht über ihn. Er hat ein richtig krasses Projekt abgeliefert. So oder so, Reichweite ist gestiegen und die, die ihn bis dato noch nicht kannten, kennen ihn jetzt auf jeden Fall. Vielleicht kommt das passive Verhalten auch von Asche. Vielleicht hat Asche zu Kollegah gesagt, hey, schau mal, wegen mir hat der ganze Mist angefangen. Ich möchte das alleine klären. Misch dich da bitte nicht mit ein. Und dann ist das Thema gegessen. Asche hat seinen Mann gestanden. Es wurde gesagt, was gesagt werden sollte. Und das Kapitel ist für ihn vielleicht auch bereits beendet. Oder der Boss sagt, okay, Freunde, genug. Mit JPG 3 haben wir alles zerstört, was zu zerstören ging. Genug Kontroversen gehabt. Keine Skandale mehr. Erreicht. Okay, wir haben das Kapitel beendet. Lassen das so stehen. Gehen mit einem Profit raus und hoffen, dass die restliche Zeit der Promophase einfach geil wird. Ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, dann würde ich es korrekt finden, wenn Kollegah sich gar nicht dazu äußert. Ich meine, das ist so wieder dieses auf alten Freundschaften umtrampeln, wie wir das schon mal besprochen hatten. Man war früher cool miteinander. Man hatte eine schöne Zeit und jetzt kocht das Ganze irgendwie über. Und man muss sich auf Krampf dazu äußern. Einfach nur aus Respekt gegenüber der alten Freundschaft nicht dazu äußern. Und damit ein Statement setzen. Und ich glaube, das wäre so das Coolste, was Kollegah tun könnte. Oder die letzte und plausibelste Erklärung für das passive Verhalten des Bosses ist einfach die Tatsache, dass wir keinen Ghostwriter mehr haben und hier zusehen müssen, dass wir ganz schnell einen neuen Centino finden. Also Freunde, was sagt ihr? Äußern oder nicht äußern? Und wenn ja, in welcher Form? Ich denke, auf die letzte Frage kenne ich bereits eure Antwort. Und jetzt zu der Frage, wie finde ich eigentlich Maestro? Also erstmal rein musikalisch. Ich habe mir seit gestern Abend so ziemlich jeden Track von ihm angehört, den ich finden konnte. Und Hayatam gefällt mir am besten. Ich finde, er hat einen stabilen Flow. Ein richtig geiles Gefühl für Beats. Ist aber auf den Double Times teilweise ziemlich undeutlich. Und ich finde, teilweise presst er seine Stimme auch ein bisschen zu krass. Aber vielleicht ist das auch nur mein Geschmack. Wie gesagt, alles Ansichtssache. Und nichts, was man mit einem geilen Flow nicht wieder wettmachen könnte. Wie findet ihr ihn? Vielleicht habt ihr irgendeinen Lieblingstrack? Schlagt den mir gerne vor. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, Freunde. Okay, und jetzt zu der Frage, wie finde ich Maestro aus rein menschlicher Sicht? Also ich finde es echt krass, dass er dafür alle mit in den Krieg gezogen ist. Aber das ist bei einer Freundschaft ganz normal. Ich war gestern Abend, die, die es mitbekommen haben im Livestream, ein bisschen enttäuscht, als ich gesehen habe, dass Moist da gar keinen Part drauf rappt, sondern einfach nur Maestro. Maestro ballert alles durch. Wäre echt nice gewesen, wenn Moist da mit einem 8er oder einem 16er irgendwie mit dabei gewesen wäre. Aber ist ja egal. Er hat da seinen Mann gestanden. Maestro hat alles alleine gemacht. Und das alles für seinen Freund Moist. Also ich weiß nicht, wie ihr da seht, aber mich hat das Ganze echt beeindruckt. Moist fängt da einen Krieg an und Maestro wird an die Front geschickt, um ihn auszutragen. Wenn das Ganze irgendwie schief gelaufen wäre, dann wäre Maestro derjenige gewesen, der sich bei der ganzen Aktion lächerlich gemacht hätte. Und ich finde es einfach krass, dass er für Moist, als wäre es sein leiblicher Bruder, einfach dahin geht und sagt, ich mache das Alter, kein Problem, ich laufe für dich in den Tod, ist gar kein Thema. Ich finde es krass, ich war echt beeindruckt. Ich war einfach von dieser Tatsache beeindruckt, dass man sich so für seinen Freund aufopfert. Und ich finde, das ist einfach ein wichtiger Bestandteil der Freundschaft. Wenn ich echt jemanden habe, wo ich sage, das ist mein Bruder, dann tue ich alles für den. Maestro hat da einfach Charakter bewiesen. Ohne Scheiß, ich finde einfach, jetzt ganz davon abgesehen, wie dieser Track nun endlich angekommen ist. Ich finde einfach, er hat seinen Mann gestanden und das hätte er gar nicht machen müssen. Okay, total unnötig gewesen, Kollegen mit reinzuziehen und in meinen Augen auch total überflüssig, dass er die Frau von Asche mit eingebaut hat. Ich weiß nicht, in welchem Teil Asche da die Familie von Maestro beleidigt hatte. Vielleicht meinte er damit diese Kellerratten und Maestro hat das auf seine ganze Familie übertragen. Aber vielleicht habt ihr den Part im Kopf und schreibt ihn einfach in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall echt nice. Ja, wie gesagt, aber sonst, so von der Sache her finde ich es einfach richtig stark und mich hat einfach diese Sache beeindruckt, dass man sagt, hey, ich mache das, Alter. Egal, ob das Sinn macht oder nicht, ich mache das. Und das ist für mich einfach ein wichtiger Teil einer Freundschaft. Zusammen stehen, zusammen fallen und zusammen wieder aufstehen. Also, von der Seite aus Respekt, echt Respekt an Maestro. Ja, Freunde, wie fandet ihr die ganze Sache eigentlich von Maestro? Wie findet ihr ihn menschlich, wie findet ihr ihn musikalisch? Und natürlich, wie findet ihr die Tatsache, dass Mois da kein Part drauf gerappt hat? Schreibt es mir gerne unter die Kommentare. Und wie immer, Freunde, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auf gar keinen Fall wieder. Da weit, ihr Puzzani. Ciao.